Musik Wir haben nach dem Prix Gala vom 6. Juli 1997 gefragt. Ein Ausgleich 1 oder 2400 Meter. Pferd A war Aristide für das Geschüt Röttgen, trainiert von Hans-Albert Dume, geritten von Terry Helya. Pferd B war Trudeau für Trainer Uwe Ostmann, geritten von Georg Boczkei. Und Pferd C war Sheba, trainiert von Dave Richardson unter Andreas Zuburic. Sehen Sie hier die Lösung. Pflukato weiterhin vorne. Pflukato, jetzt legt er noch einmal zu. Trudeau ist dabei. An der Außenseite kommt Sheba in der Bahnmitte. Da kommt Aristide. Der kommt auf Touren. Der kommt richtig auf Touren. Aber auch Sheba kommt auf Touren. Aristide und Sheba. Aristide und Sheba. Aristide mit Sheba. Sheba an der Außenseite. Sheba mit Aristide. Sheba und Aristide. Aristide und Sheba. Aristide im Vorteil. Aristide. Aristide und Terry Helya gewinnen. Aristide vor Sheba. Und der dritte Platz geht noch an Nightmoon. Knapp vor Trudeau. Fünfter war Kenzo. Knapp vor. Musik